So mit Steinen So Ja Echt? Ja Na gut Hehehe Was war denn los? Was ist hier an? Ja, da war es Oh, du bist raus Wow Oh Oh ja Ich sehe nicht mal einen Squad Hinter uns Ah da Oh ja Ach hier Oh die landen auf dem Dach Ist hier eine Waffe? Einer landet auf dem Dach Einer landet hier mit mir, ich glaube ich habe gleich eine Schlägerei Hehehe Fuck Die rennt da rein Einer ist in der Halle Oh schnell 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 Oh da sind auch noch zwei in der Halle WTF Haben einen? Ja hier sind auch zwei in der Halle Wo? Ja hier ist einer Oh fuck Wo? Ja hier ist einer Oh fuck Oh Wieso? Oh Oh Gott du bist da Ja ja alles gut Ja ja alles gut Was? Ich habe nur eine Armbrust Ich habe nur eine Armbrust Ja eine K Ich habe gar nichts Ich habe nur vierfach zu sein Ist tot Ist tot Ist tot Okay nice 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 Ich schließe den Baller hatte eine Waffe ne? Oh Junge Ja eine K Ich habe mir fast in die Hose gekackt Alter ich war in diesem scheiß Tab Modus Und dann sieht man ja keinen Namen von den Mitspielern Oh wow ja Müsst man mit Tab auf einen gucken alter Und dann auf einmal kamst du reingerannt Und ich habe mir so in die Hose gemacht Keine Muni mehr Ja gut dass du keine Muni gehabt hast Dann hab ich sie so weggebräumt Ah zwei ist das Armbrust da Schaut uns hier ist noch Mantel Schaltend bei SR Uh uh Oh lol Und du hast die Karge genommen Oder? Ja 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 Okay ich hasse dich offiziell Das war für den Hate vorhin Alter Das Glück ist mit die dumm oder wie? Oh shit Oh wow Warte mal wo ist Smudgy nochmal? Keine Angst das kommt eh nicht Übertragend Weißt du halt beide jetzt hier Auch nicht getrunken Juck hier ist die Scar nochmal dass ich nicht treffe Ey hört auf jetzt ja Ey jetzt kriegt ihr wieder Panic Ich hab nur die Scar Am Nahkampf ist das nicht so toll Die Carr meint du? Äh, die K, genau. Ich würde sagen, nur die SKA. Wow. Nur. So, hier ist noch eine AK, falls jemand haben will. Ich brauche mal einen Rucksack. Hier oben im Haus, oder was? Nee, unten im Haus. Okay. Ach, schau, du bist gerade bei mir. Ich brauche einen Rucksack. Wenn du reinkommst, kommst gleich links. Hier ist ein Rucksack, glaube ich, gewesen. Ja. Weiß ich nicht. Gucken. Manche, weil ich irgendwo im Rucksack. Ich habe noch Munition für dich. Nice, danke. Habe ein. Ja. Scheide einfach ist er. Lol, auch? Ja. Okay, hast du ihn jetzt auch? Nee. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht so abgeben. Der Matsch, ich darf das. Ich habe meinen Kill weggenommen, so. Gute Nacht, Wagner. Gute Nacht. Schlaf gut. Träume was Süßes. Gute Nacht, Wagner. Boy. Ah. Ich habe letztens so einen geilen Kill gemacht. Da habe ich ausgerechnet, da habe ich natürlich nicht gestreamt, weil da habe ich Solo gespielt. Ich habe diese Tommy Gun gehabt und bei Giorgio saß einer hinter diesen komischen Sandsäcken und ich bin mit der Tommy Gun gesprungen und habe dem Header gegeben. Nice. Wo, 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 wo? Oh, da ist jemand. Oben auf dem Dings müsste es sein, oder? Richtung Osten, oben auf den Bergen. Vermutlich. Oh, da bin ich. Oh, die Tommy Gun. Wo war ich von der Tommy Gun? Da, 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 ich sehe. Oh, krass. Der hat mich direkt gehandelt, Alter, der Hund. Oh, da bin ich da. Oh, da bin ich da. Kannst du irgendwo hinter? Ja, du bist irgendwo hinter. Wo ist der? Warte, ich versuche mal. Oh Gott, das geht nicht gut aus. Oh, der schießt mich, okay. Ich sehe auch, wo er ist. Wo denn wo? Äh, Ne auf dem Berg. Ne? Ich gehe in einen Tower rein, die vorne, ja. Oh, ja, okay. Falls es irgendjemand schafft, hochzukommen. Ja, ich schaffe es, ich bin da. Ich komme so. Ich komme. ich bleibe ich setzten das ist ein zweites Go, vielleicht kann ich die machen ich habe leider Hilfnerverbände ich habe einen ersten Koffer ok lass mich mal gucken wo war das denn jetzt wieder her? Schallgedankte Schüsse das müsste aber die andere Seite gewesen sein meine ich ok das ist gerade ärgerlich ich finde gerade die anderen Kollegen da nicht wieder ich sehe den auch nicht mehr hast du uns Go? ja aber ich sehe ihn nicht ich lasse mich gleich nochmal anschließen wahrscheinlich ich gehe nochmal da in die Tür rein nicht dass der hier rumgerammt ist und über uns steht im Süden ist einer im Süden ist auch einer? oh mein Gott ist ja eklig auf welche Töne geschossen? sieht es jemand? ne ja ich sehe ihn oh fuck er ist gerade wieder runter gegangen ok die kommen ein bisschen weiter runter glaube ich ich habe die gleich dann sehe ich nochmal zwei soll ich nochmal Opfer spielen? ok wir schießen auf mich einer ist gedauert ah ich sehe den anderen hab einen Hit auf den anderen der ist weiter gelaufen er lässt sein Kollegen da jetzt liegen oder was? hehehe also passt den im Südwesten noch auf ne? einer einer wieder oben da da hat er eingekillt oh 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 alter von wo? hat den genug Südwesten? Südwesten ist genug das war ein 1 ne? guck gerade da oben war auf meter wo mein Gott kunst zu Periods ja ob ich voll krass einer Tod der Fallschneid Hätte so ein Epic Save wie letztes Mal reingekillt. Oh mein Gott, das war so close, ne? Egal, man freu dich. Hast ne Epic Wache. Oh, das ist trotzdem so kacke, man. Oh, das war ein Schritt, ne? Ja, man. Bruchteil von ner Sekunde auf jeden Fall. Richtig nervig. Haben wir es erst auf jeden Fall über. Wo ist der Typ, den ich hier gekillt habe, was gepackt? Ah, ok, der da hinten ist auch geschraubt, Südwesten. Die sind aber, äh, Südosten meine ich, ist der hingelaufen. Oh, Mann. Was machst du mir hier? Hier ist ein Vierer-Sufa drin, falls du da haben willst. Hm, danke. Ein bisschen Money brauche ich gleich. Pah, wo sind die jetzt? Oh, wir müssen weiter, wa? Ja, so langsam. Ah, wir haben zwei gekillt, ne? Ich hab ihn eingefinisht von dir. Fuck, hier vor mir war einer. Vor dir. Wo ist der? Hinter so'n kleinen Hügel vor mir. Ok. Wo genau, sag mal kurz. Hier direkt vor mir, ist ein kleiner Hügel, da. Ok. Oh, jetzt hab ich ne Galate geworfen, nicht direkt hinreiten, nicht direkt hinreiten. Nicht direkt hinreiten. Ja, ja. Ah, der grüne Money, ich wollte ein bisschen grüne Money. Neh, mir mal hier noch zu raus. Da wird gar kein Healing, aber ist auch Wurst. Der sein Maiden-Wurgel mutet, ey. Glaub schon, meinst du, der hatte so viel Money, alter? Der hatte ja über zweiehalb Money, dreiehalb Money hatte er. Ja. Genau, voll. Höchst'n rein, ne? Ja. Ja. Ja, die Boyle ist hier vorne ja gleich. Ja, deshalb. Da ist die Luftkiste von dem Boyle. Wenn du hast, bring noch Money für die AKM mit, oder wenn der hat. Oh, Jones hatte übel viel. Hat er mit? Hab ich nicht gelootet, weil ich nur ne K hab. Scheiße. Hab ich nicht gewusst. Ich hab ja auch nichts gesagt. Und ich hab nur nen 1er Rucksack. Hätte ich eh nicht mitnehmen können wahrscheinlich. Kann ich 30 Schuss gleich geben. Perfekt. Weiter brauch ich eh nicht. Ich kann wahrscheinlich auch 30. Kann ich dir auch geben. Oh, nice. Dann passt das doch. Detro das Atmenauge. Ja. Warte. Der Wallhacks. Der hat Wallhacks an. Der hat 6 Kills, Boy. 6 Kills? Ja. Und ich hab 2, Alter. Wie soll das Pissen mit 8 Kills rausgegangen? Oder hat noch jemand welche? Mhm. Also hast du ne Hitshort? Ne, ich hab einen Hard gehittet, aber dann wurde ich ja von hinten genommen. Oh, Hard gehittet? Hard. Machi, hast du nen guten Sucher? Äh, ja. 4 und 2, ja. Ah, ok. Ah, ich hab ne SR, scheiße. Der war überall aus dem SR. Ich hab ne... Ja, SKS. Ja. Obwohl ich werd wahrscheinlich eh nur mit der M4 schießen. Oh, oder willst du? Hier ist KQ geschlaufen. Hier sind 30 Schuss Geld. Oh, willst du lieber die K haben? Ich kann auf SKS spielen. Wie du möchtest. Was? Mir ist egal. Was hast du denn für nen Besucher drauf? 4er auch. Ah, passt ja. Was spielst du K? Ja. Hast du noch nen 4er übrig? Dann tausche ich den gegen 8er. Hm, ja. Ja, äh, laufen? Ja. Aber so weit ist nicht. Ne, von dir ist es auch nicht weit. Oh, Junge, das wär so episch gewesen, wenn ich dich noch hätte safen können. Dann wär's so gut gewesen. Adlerauge, sei wachsam. Bin ich immer. Oh, Junge, das war halt ein Schritt. Ich bin grad so sauer, Alter. Oh, ich stand vor ihr und er ist umgekippt. Ah, du hast es ja schon einmal geschafft. Mit... Kannte man HP-Balken gar nicht mehr. Ja. Ist halt auch so schnell runtergegangen, weil du schon vorher mal genockt warst. Hat echt ärgerlich. Ja, der Wichser von hinten, ey. Ich hab den gar nicht mehr so wirklich im Dings gehabt. Ah, siehst du, Granate. Granaten baue ich mal dabei. Ich auch, Granaten sind echt stark. Aber ich... Jeder sagt, Granaten sind scheiße, oder was? Der ist voll doof. Ja, der ist voll doof. Ich verdiene, ich finde den Kaka. Ja, ich hab letztens in der Solo-Runde, da hab ich den Screen auch geschickt, ne, die hab ich den nicht geschickt. Ich hab letztens mal so eine Runde gemacht. Irgendwie 14, 15 Kills. Und davon waren 4 mit Granate. Ja, wo die doch schon gelootet waren. Lassen die die Sachen über. Burrisch. 14, 15 Kills, oder was? Ja. Und 4 Kills, davon waren wir Granate. Geil. Die sind immer in so kleine Häuser reingegangen, diese fackbare Häuser, und da hab ich Granaten durch diese Fensterschlitze geworfen. So aufpassen, dass da die beiden Häuser vorn sind, die verhedern sind, ne? Das war von links. Das war gar nicht so weit weg, glaube ich. Ein Buggy da. Bisschen weiter. Weil ich das richtig viel weiter hab. In die gelben Häuser, oder? Ne, noch ein bisschen weiter. Noch weiter meinst du? Ich glaub nicht weiter. Nein, noch weiter nach rechts. ich hab halt null healing ne ich hab gar nichts ich hab nur 26 verwendet ich hab einen energy drink einmal gehittet ein warte leu wieso ist der nicht ausgenockt ok warte wo denn was da Richtung 195 läuft der eine person seh keinen der ist unten auf dem feld ist genockt bei den weißen häuschen hinter der mauer ist er aber wie gesagt nur genug sein team ist hier noch irgendwo sein passt auf sind die im weißen häuschen ich sehe da keine bewegung ich auch nicht ok ist tot leil er wurde schon mal aufgehoben anscheinend das ding ist die werden heute wissen dass sie da looten wollen und 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 Prozent da muss auch was gelockt werden da ist als den Baum der ich hab nur den vorhanden auch einmal nicht der ist hinterm Baum Prozent 210 die Koffer auch mehr oder das ist der letzte sein war auch warum Warum? Ah, der hat doch echt guten Aim, ohne Scheiß. 8 Kills. Na gut. Alter. Also Detro, ich hab dir vorhin schon gesagt, ne? Ich schaue dich ein bisschen an, Alter. 8 Kills, ey. Ja, die Gründe waren ja noch nicht zu Ende. Schade, die sieht, glaube ich, noch ein bisschen hinterm Baum bleiben, bis wir alle wieder ab sind. Ich hab versucht, den da zu holen, ey. Aber ich wurde auch schnell genockt, aber ich hab auch nicht damit gerechnet, dass er sich so schnell umdreht. Der ist nämlich eigentlich erst mit dem Rücken zu mir gelaufen und da hab ich ihm hinterher geschossen. Auf einmal dreht er sich ins hin und schießt mich um. Das war krass. Nicht schlecht.